Was gestern passiert ist So für mich heißt es jetzt reingehen Ich fahr mir selbst Ok gut, ich fahr ihm einfach hinterher Heeeeeey Yo Leute, was du für den neuen Tag? Es gibt ein neues Video Wieso hau ich mich selber? Es gibt ein neues Video, wir sind auch wieder am Start Und das feiere ich Also danke für das ihr auch wieder am Start seid Wie jeden Tag Peace Ja, ich bin wie immer gerade erst aufgestanden, ja, ist leider so, Henry, ja, kann ich sehen, ja, gerade aufgestanden. Heute habe ich tatsächlich mal ein bisschen länger geschlafen als sonst, also ja, ich habe es schon richtig gut gehen lassen, ich will eigentlich gar nicht umgucken. Weil wenn ich drauf gucke, sieht das Ganze, glaube ich, eher so nicht so schön aus und zwar ist es, oh mein Gott, alter, ja, keine Ahnung, aber es ist nach 16 Uhr. Das ist meine typische YouTuber-Lifestyle. Ich muss aber auch sagen, ich war gestern bis, glaube ich, sieben oder so wach und habe noch Videos für euch geschnitten. Deshalb habe ich gedacht heute, ich stelle mir keinen Wecker. Normalerweise stehe ich ja immer um sieben oder acht Uhr morgens auf, aber dieses Mal bin ich da erst schlafen gegangen und durchmachen wollte ich nicht. An diesem wunderschönen Tag begrüßt euch auch Senior Palme Bro, ja, und natürlich auch Junior Palme Bro. Ich liebe dich Palme Bro, weißt du das? Ich mag dich richtig gern, richtig gern. Ich habe einfach herausgefunden, dass in Senior Palme Bro dich richtig gern spinnenverstecken. Problem ist, ich habe eine Spinnphobie. Keine Ahnung, wie ich glaube ich jetzt umgehen soll. Ähm, ja, Spinnen und ich, wir sind nicht so gute Freunde, weil ich habe eine Spinnphobie. Und das ist Real Talk so. Deshalb, ich frage ihn am liebsten gar nicht mehr so an. Ja, eklig. Weil immer, wenn ich irgendwo eine Spinne sehe, irgendwo das Zeug da oben in der Ecke, eine Spinne chillt, dann ist das Erste, was ich mache, ist ungefähr das hier so. Okay, also so reagiere ich nicht ganz, aber ähnlich. Ihr habt euch auch alle mal gefragt, wieso eigentlich Senior Palme Bro vom Fenster steht und ob meine Rollos noch gehen. Das hängt weit zusammen, denn meine Rollos gehen immer noch nicht. Ich kann euch das mal zeigen. Passt auf, damit steuere ich die Rollos und wenn ich das Ding auf dem Pfeil nach oben drücke, dann passt auf, sollte das normalerweise nach oben gehen. So wie hier, warte ich, zeig ich das, ich drücke drauf auf nach unten und das Ding, und das Ding fährt runter. So sollte es eigentlich überall sein. Aber, wenn wir jetzt mal zu dem hier gehen, drücke ich auf nach unten und ich drücke mal nach unten, so und es passiert gar nichts. Wir drücken mal auf nach oben und man hört was, aber es passiert gar nichts, außer es knallt, Alter. Ja, und das ist hier ähnlich. Ich zeige euch das mal. Wir drücken hier mal unten. Passiert gar nichts. Drücken mal auf oben. Ja, ebenfalls nicht wirklich viel. Bisschen nervig. Deswegen könnte ich mich richtig aufregen und weil da hinten Senior Palme Bro kein Licht bekommen hat und dann langsam eingehen wollte, haben wir ihn vor ein Sensor gestellt. Ja, ich könnte ihn ja auch noch draußen stellen, aber das ist ein bisschen doll kalt, oder? Ja, es ist komplett kalt. Nice. Ich hoffe, ihr seid so happy wie ich und seid auf einem entspannten Tag wie ich dabei. Ich merke gerade wirklich, dass es ganz schön nervig ist, weil ich bin ja aus Dubai jetzt zurück. Gestern war noch so ein geiler Vlog aus Dubai, wo wir mit den Lamborghinis umgefahren sind. Es hat so extrem Spaß gemacht, das könnt ihr euch bei Gott nicht vorstellen. Wirklich nicht. Ich bin froh, dass ich wenigstens selber noch einmal gefahren bin, weil das war echt richtig nice. Und hier in Deutschland ist alles einfach so kalt. Wenn ihr wollt, dass ich wieder nach Dubai fahre, dann lasst ein Like da, dann fahre ich nächsten Monat direkt mit Kai wieder. So bocker. Ich verspreche es euch wirklich jetzt. In Deutschland ist alles einfach so sad und nass und kalt und Regen und in Dubai ist alles einfach so schön. Ich glaube, ich habe mich in Dubai verliebt. Ich muss da wieder hin. Ist ja auch egal. Linda ist auch gerade da. Die macht sich hinten gerade fertig. Ich war gerade im Gym und war duschen und sonst was. Warum erzähle ich euch das überhaupt? Das interessiert ungefähr überhaupt gar keinen. Ja, ja, keine Ahnung. Aber ich glaube, ich sollte mich lieber fertig machen. Und zwar sollte ich jetzt erst mal meine Zähne putzen und das Licht anmachen und mich langsam mal fertig machen, oder? Ich habe sogar die Zahnbürste aus dem Hotel geklaut. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber das ist die Zahnbürste aus dem Hotel und das geklaut. Macht ihr sowas auch? Oder bin ich jetzt ein Dieb? 15 Stunden später. Ich bin endlich fertig. Ihr könnt sehen. Angezogen. Fresh. Ihr wisst Bescheid. Nice Merch hat er sogar an. Ja, holt euch mein Merch im Henrymusshow.de. Ja, gut. Ich würde sagen, jetzt kann es endlich losgehen mit diesem, naja, Daily Vlog. Wenn man das so betiteln kann, ich weiß es nicht. Ja, aber ich bin extrem gehypt, ich bin jetzt endlich aufgestanden, das ist ziemlich gut und ich bin glücklich, dass es deswegen noch hell ist, weil im Winter wird es ja immer richtig, richtig, richtig schnell dunkel. So, ich gehe hier. Okay. Ich bin so zwei Stunden oder so wieder da. Jo, ich fange da zu sehen. Jetzt läuft mit meiner Kamera. Ja. Dann, bis dann. Viel Spaß. Ja, so, also Freunde, wir haben es endlich geschafft, denn heute geht es endlich los mit diesem Daily Vlog. Und zwar habe ich mir was extrem, extrem witziges überlegt. Ihr könnt gleich sehen was, aber darf ich erstmal sicher gehen. Linda ist jetzt jedenfalls nicht mehr da. Ich bleibe jetzt nochmal ganz kurz hier, fünf Minuten maximal und warte nicht, dass sie gleich wiederkommt und irgendwas vergessen hat und mich dann reden hört, wenn sie reinkommt. Das ist ja ein bisschen ärgerlich, aber ihr wisst vielleicht schon am Titel, worum es heute geht. Und das ist extrem, nice. Also, ich hoffe, es klappt jedenfalls alles. Ich will sie heute pranken. Und ihr habt alle in den letzten Videos so viel geschrieben, ey, kannst du mal wieder Kiran pranken, kannst du mal wieder Artyom pranken, Artyom pranken wir bald auch mal wieder, denn Artyom. Das wird witzig, aber heute pranken wir Linda. Ich warte so fünf Minuten und dann erkläre ich euch gleich, was ich mache, denn wir brauchen für das heutige Video auf jeden Fall noch einen Gast, ein bestimmtes Mädchen, die noch nie auf meinem Kanal war. Ihr werdet sie dann gleich sehen. Seid gespannt. Sie stellt sich auch dann ganz kurz vor, aber sie war noch nie auf meinem Kanal, merke ich gerade. Krass, noch nie. Ich hoffe, sie hat heute Zeit, sie meint heute Morgen auf jeden Fall von wegen, ja, ich kann vorbeikommen, so und so. Deshalb, wir warten jetzt ganz kurz, dann kommt die besagte Person vorbei und dann sehen wir, wie wir Linda endlich pranken können. Und Linda, wenn du das siehst, tut mir leid, aber ja, ist leider so. Das kriegst du nämlich richtig wieder, weil du hast mich mal genauso geprankt. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Guckt ihr die Videobeschreibung und guckt euch das Video unbedingt an. So, sie müsste jetzt hier... Ich habe gerade die Kamera angemacht und wollte gerade Bescheid sagen, dass sie gleich vorbeikommt. Deswegen glaube ich, ja, sie müsste jetzt da sein. Wir gucken mal durchs Schlüsselloch. Ja, das ist gut, also. Let's go. Ey! Komm rein, komm rein, komm rein, komm rein, komm rein, komm rein. So, also, erst mal werden sich alle auf meinem Kanal wundern, wer überhaupt du bist. Ich würde sagen, komm erst mal ganz kurz rein, weil du warst ja noch nie auf meinem Kanal. Ist ein bisschen merkwürdig, aber als allererstes kannst du dir vorstellen, wer du bist. Du heißt wie? Finja. Finja, und bist wie alt? 21 Jahre alt. 21 Jahre alt, warum ich sie kenne. Ist ein Geheimnis, aber wir können heute was Cooles machen. Denn, also, warte, ganz kurz, erst mal, no sexual. Wir können aber trotzdem heute was Cooles machen. Ich habe eine gute Idee, setz dich ruhig erst mal auf unser wunderschönes Sofa, wenn du möchtest. Ich, ich habe einen Plan. Und zwar, Linda ist ja gerade nicht hier und ich habe mir gedacht, wir können vielleicht Linda heute mal pranken. Ja, super guter Plan. Denn, sie hat mal einen Fremdgehen-Prank an mich gemacht mit Kyle zusammen. Das war absolut Horror. So einen Prank will man eigentlich nicht selber erleben. Also, es ist ein bisschen eklig, weil Fremdgehen und so ist nicht wirklich cool. Aber, wir geben heute das zurück und machen an sie mit dem Prank. Was hältst du davon? Ich bin sowas von dabei. Ja, ich habe gewollt. Ich habe es eh bei dir, habe ich sowieso gewusst, dass du dabei bist. Ich habe mir auch schon ein paar Gedanken gemacht. Und zwar, können wir es einfach genauso machen, wie die beiden das damals gemacht haben. Sie ist gerade bei ihren Eltern. Wenn sie nach Hause kommt, dann chillen wir vom Schlafzimmer so auf, auf Undercover. Aber wir haben ja gar nichts gemacht und so. Also, wie man es halt machen würde. Wie im schlechten Film. Ja, genau. Exakt wie im schlechten Film. Nur deshalb will ich es gleich mal sagen, wir gehen mal ganz kurz zum Schlafzimmer. Hier im Schlafzimmer, glaube ich, kann man das auch ganz gut regeln. Wir müssen dann einfach irgendwie gucken, dass wir da so einen auf denen so liegen. Und du weißt schon was, oder? Ja, ich würde sagen, Ärmel hoch und Decke bis hier oben. Ja, ganz klar. Es muss aussehen, als wärst du nackt. Und ich ebenfalls. Oh mein Gott, ich fühle mich gerade richtig, richtig, ganz, ganz komisch. Aber so muss es halt aussehen. Weil ich glaube, sonst checkt sie es nicht. Und am besten, ich weiß nicht, wie wir es machen können. Irgendwie, dass, wenn sie reinkommt, dass du dann ganz schockiert bist. Und ich ebenfalls ganz schockiert. Und dann musst du einfach, wenn sie anfängt, mich anzukacken oder so, einfach rausrennen, ins Badezimmer abschließen. Weiß ich nicht. Weil ich glaube, umso mehr über uns rechtfertigen, umso mehr fällt es auf, dass wir sie pranken. Oder nicht? Und auf jeden Fall kleine Lichter an, nicht das Deckenlicht. Stimmt, warte. Ich habe eine gute Idee. Wir können ja mal hier einmal die Lampe anmachen und dann einmal noch diese Lampe anmachen. So, mach mal aus. Besser. Oh mein Gott, das ist gut. Es sieht wirklich einfach perfekt nach Netflix & Chill aus. Wir legen los. Wir müssen noch ein bisschen warten. Linda kommt erst in anderthalb, zwei Stunden. Deswegen, weiß ich nicht, gucken wir jetzt noch einen Film oder... Nein, okay, das machen wir doch nicht. Wir setzen sie aufs Sofa und chillen einfach so lange, bis sie da ist. Ich stelle die Kamera hier irgendwie auf heimlich auf. Ich denke mal, hier vorne irgendwie so. Ich denke mal, dann kann man alles gut sehen. Und dann mal gucken, wie das nachher gehen wird. Tut mir leid, Linda, aber wir ziehen das jetzt durch. Die Kamera jetzt aufgestellt. Und ganz kurz, wärst du noch bereit, dass du deine Haare so ein bisschen zerwuschelst? Da würde ich Leute nicht wundern, dass sie jetzt extra nur damit ein bisschen realistischer aussieht. Ich wollte gerade sagen. Nicht, dass sie jetzt irgendwie denkt, da wäre was gelaufen. Nein, sie hat jetzt einfach sich noch was anderes angezogen, damit sie gleich die Decke hochziehen kann. Und dann mit es halt einfach wirklich nach so... Ne, aussieht, also ist logisch. Aber würdest du deine Haare noch ein bisschen zerwuscheln, dass das so ein bisschen nach mehr... Ja, ja, genau, ja, ja, besser. Viel, viel besser. Gut, dann legt ihr so nicht einfach irgendwie ins Bett und ich komme dann da irgendwie daneben. Boah, das fühlt sich so ganz komisch an. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Linda müsste jetzt auch übrigens jeden Moment kommen. Also, ich kann bei der Woistab ja gucken, wo sie ist auf dem iPhone. Das haben wir auch voll wieder nachgefragt. Man kann das sehen. Sie müsste in ein, zwei Minuten gleich kommen. Sie ist, glaube ich, schon auf der Straße hier. Deshalb müssen wir uns gerade ein bisschen beeilen. Ich muss mein T-Shirt auch ganz schnell ausziehen, damit das Ganze noch real ist. Hose lasse ich an, ich bin eh unter der Decke. Soll ich mein T-Shirt ausziehen? Ja oder nein? So, ich ziehe noch ganz schnell mein T-Shirt aus, dann ist es vielleicht noch mehr realistisch. Und dann let's go. Oh mein Gott, das sieht so ein Panda aus da am Rand. Okay, gut, ich leg mich schnell ins Bett. Hoffentlich checkt ihr nichts. Boah, ich fühle mich so dumm. Ich fühle mich so dumm. Oh mein Gott. Sie kommen, sie kommen. Hör auf. Ist das gerade dein Ernst? Was denn? Aua. Ich bin weg und du machst hier mit irgendeiner rum? Hör bitte auf. Dein Ernst, hör bitte auf. Ist das dein Ernst? Oh mein Gott, ist die gerade ausgeflippt. Shit. Okay, ich ziehe mir erst mal ganz kurz das an. Oh mein Gott, es wird jetzt so dumm, ihr das erklären. Ich würde ja gerne sagen, es ist mir leid oder weil ich was lustig. Das war irgendwie wirklich lustig. Ich warte mal ganz kurz das Licht an. Oh shit, oh ist das hell. Okay, gut. Ich würde sagen, ich erkläre das ganz kurz irgendwie mal. Du musst irgendwie mit dazukommen oder so, damit es sich unangenehm ist. Linda? Verpiss dich. Komm, komm bitte raus. Verpiss dich. Jetzt ist deine Sachen umgehen. Linda, jetzt komm doch mal bitte raus. Vertrau mir. Deine Sachen umgehen. Jetzt komm doch mal bitte raus. Ich sag's nicht nochmal. Und ich sag's auch nicht nochmal. Jetzt mach die Tür auf. Linda. Ey, Linda, es war nur ein Prank. Mach die Tür auf. Linda, mach die Tür auf. Du hast es von dir wirklich geglaubt, oder? Du hast es von dir wirklich geglaubt. Oh Mann, du hast doch auch geweint. Ey, nein, 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 nein. Das musst du aber zugeben. Du hast es auch genauso gemacht. Und außerdem hat sie voll gut geschauspielert. Hallo, ich lag nicht mit ihm im Bett. Natürlich lagst du mit ihm im Bett. Ah, ja gut, aber im Bademantel und so ein R-Lack im Bett. Was soll ich denn da denken? Ich bist so ein Arscher. Aber ich... Kriegst du zurück. Wie? Ich hab das dir gerade zurückgegeben. Dann kannst du es mir doch nicht locker zurückgeben. Was, nein? Doppelt so hart. Jetzt übertreibst du ein bisschen. Aber ist es okay, dass ich hochladen darf? Oder soll ich es wieder lassen? Ja. Bist du sicher? Ja, so richtig. Darf ich es hochladen? Ja, nein, nein. Okay, Freunde, ich hoffe, euch hat dein Daily-Blog gefallen von heute. Checkt mich morgen bereits noch wieder auf. Danke nochmal an dich, Finja, für das Hälfte. Das hast du dir wirklich gut gemacht, oder? Nein. Doch, doch. Ich bin Finja. Okay, und dann würde ich sagen, sehen wir zum nächsten Mal. Ich war K.O.3, Freunde. Peace.